So meine Damen und Herren, erst eine Bemerkung noch, Sie werden vielleicht diese Kamera schon gesehen haben. Die Vorlesung wird aufgezeichnet und Sie können typischerweise zwei Stunden nach Ende der Vorlesung die Vorlesung bereits auf StudIP wieder anschauen. Das führt dazu, dass Sie sehr unterschiedliche Lernmöglichkeiten haben, also mit der Vorlesung umzugehen. Ich habe mir von Studierenden sehr kreative Weisen schon erzählen lassen. Das ist also eine zusätzliche Dienstleistung, wo die Leibniz-Universität auch wirklich in Deutschland sehr weit vorn ist. Viele Universitäten machen das noch nicht. Sie finden solche Sachen dann auch auf iTunes U und sogar auch auf dem anderen YouTube auf dem Kanal. Also Sie können da, dann haben da Zugriff dazu. Ich hoffe, das nützt Ihnen was. So, ich bin in der Diskussion des Unterschiedes von systematischer Philosophie und Philosophiegeschichte. Ich hatte Ihnen versucht, diesen Kontrast klarzumachen, dass es eines ist, eine Frage zu stellen bezüglich einer Sache, einer philosophischen Frage. Also zum Beispiel eben, gibt es einen Gott? Und dann versuchen Sie eine philosophische Antwort darauf zu haben, zum Beispiel in Form eines Gottesbeweises. Das ist eines, das zu tun. Das andere ist es, nachzulesen, wie bestimmte Leute mit einer bestimmten Frage umgegangen sind, was das für Folgen gehabt hat und ähnliche Dinge. Nun ist es so, dass man jetzt nicht glauben darf, weil das eine systematische Philosophie heißt und das andere Philosophiegeschichte, dass die Philosophiegeschichte nicht systematisch vorginge. Das tut sie natürlich auch, aber in anderem Sinne eben. Also zum Beispiel geht die Philosophiegeschichte selbstverständlich systematisch vor, wenn es um die Rekonstruktion irgendwelcher philosophiegeschichtlich bedeutsamen Positionen und der dafür vorgebrachten Argumente geht. Selbstverständlich müssen Sie dann systematisch durch die Texte durchgehen und schauen, gibt es da Varianten von den Texten und die sorgfältig lesen und aufeinander abstimmen und, 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 und. Das ist nicht die Meinung, sondern der Punkt ist einfach der Fokus der Frage. Will ich eine bestimmte Frage, eine philosophische Frage beantworten oder will ich wissen, was irgendwelche Figuren der Vergangenheit zu dieser Frage gesagt haben oder wie sie sie behandelt haben. Und das ist eben wirklich zweierlei, wirklich mit der Analogie mit den Opern, es ist eben wirklich zweierlei Opern, bestehende, existierende Opern zu hören, zu analysieren versus Opern zu komponieren. So, also der Kontrast zwischen systematischer Philosophie und Philosophiegeschichte beinhaltet selbstverständlich nicht, dass man philosophiegeschichtliche Untersuchungen systematisch betreiben muss, aber jetzt in einem anderen Sinn von systematisch, nämlich im Sinn von ordentlich und methodisch irgendwie und alles berücksichtigen und ähnliche Dinge. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass typischerweise nach einer systematischen Klärung einer philosophiegeschichtlich wichtigen Position nicht gefragt wird, ob die Position auch wahr ist, sondern da versucht man einfach festzustellen, ja was hat jetzt der Autor genau gesagt, was waren genau die Argumente, wie haben diese Argumente weitergewirkt und verschiedene andere Dinge. Man stellt aber nicht die Frage, typischerweise in der Philosophiegeschichte, stimmt das eigentlich? Also sie studieren dann Kant bis in viele Verästelungen, stellen dann fest, also da hat der Kant dies gesagt, jenes gesagt, dieser Teil der Kantischen Philosophie steht in einer gewissen Spannung zu jenem Teil der Kantischen Philosophie und 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 kann man unendlich lange machen, aber sie stellen typischerweise nicht die Frage, hat der Kant eigentlich recht? Stimmt das eigentlich, was er sagt? Und wenn man dann von Schwierigkeiten einer Position redet in der Philosophiegeschichte, im philosophiegeschichtlichen Kontext, dann meint man meistens so, dass sie irgendwelche Teile der Position noch nicht so recht verstehen oder dass sie die Position irgendwie nicht ganz konsistent erscheint, dass da Teile sind, die in irgendeiner Spannung stehen. Sie stellen aber nicht die Frage, ist das, was dort geschrieben steht, wahr? Soll ich das glauben? Sondern sie wissen dann nur, ich soll glauben, dass Kant das gesagt hat oder Kant das gemeint hat. Sie stellen aber nicht mehr die systematische Frage. Bisweilen ist es sogar so und da, jetzt werde ich nicht deskriptiv, sondern normativ, indem ich das bewerte. Bisweilen ist es so, dass Philosophiehistoriker sich dermaßen stark in diese Philosophiegeschichte reingeben, dass sie die Wahrheitsfrage bezüglich Position kaum mehr verstehen. Wenn Sie dann Leute fragen, dann sagen Sie mal, stimmt das eigentlich? Dann verstehen die Leute die Frage nicht mehr. Es ist mir einfach zweimal eklatant passiert. Im Sommersemester 2007 hier in Hannover in diesem Hörsaal hat ein bekannter Philosophiehistoriker, der über Leibniz gearbeitet hat, sehr kompliziert über die leibnizische Metaphysik einen Vortrag gehalten, also nicht kompliziert gehalten, sondern eine sehr hoch differenzierte, komplexe Position. Und ich habe dann den Vortragenden gefragt, ob er denn glaubt, dass Leibniz eigentlich recht hat, dass die leibnizische Metaphysik wahr ist. Und er hat die Frage nicht verstanden. Und ich habe wirklich so lange nach, ich habe dann so lange nachgebohrt, dass danach eine Hörerin kam und sich bei mir beschwerte, ich sei eigentlich unhöflich gewesen. So was mache man nicht. Und ich habe gesagt, sorry, das ist eben Philosophie. Es ist wirklich so, und es ist nicht das erste Mal, dass die Philosophiehistoriker sozusagen so verschwinden in der Philosophiegeschichte, dass sie die Wahrheitsfrage nicht mehr stellen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn Philosophiehistoriker das machen. Das ist ja nicht ihr Job, sondern Philosophiegeschichte, da will ich ja nicht wissen, ob der jetzt, der Philosophiehistoriker das auch doch wahr finde, das interessiert mich nicht. Sondern ich möchte wissen, wenn ich Philosophiehistorische Werke lese, möchte ich wissen, was ist jetzt genau dort los. Was hat jetzt der Juhm genau gesagt? Wie waren die Argumente von Juhm? Was ist dort genau passiert? Aber dass man darüber die Frage nach der Wahrheit von einer Position sozusagen nicht mehr versteht, das ist eine Verfallserscheinung, das ist eine Degeneration. Das sage ich also sehr deutlich hier. Das ist etwas, was in Deutschland leider relativ häufig ist, weil man die Unterscheidung in der deutschsprachigen Philosophie von systematischer Philosophie und Philosophiegeschichte manchmal nicht nur nicht beachtet, sondern noch viel schlimmer systematisch verschleiert. Nämlich, Sie können das immer wieder sehen, wenn von einer historisch-systematischen Betrachtung die Rede ist. Das finden Sie, ich habe gerade neulich in der Buchankündigung, hier würde irgendwas in historisch-systematischer Betrachtung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wovon dann die Rede ist. Was eine historisch-systematische Betrachtung mit Bindestrich sein soll, ist mir einfach ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Oft ist es nur gemeint, dass man eine historische Betrachtung macht und dann noch die Argumente mit dazu nimmt, die zu irgendwelchen Wechseln geführt haben. Das ist aber Humbug, denn das ist sowieso bei jeder historischen Betrachtung in der Philosophie notwendigerweise dabei, dass es nicht nur darum geht, der hat A gesagt, der hat B gesagt und der hat C gesagt und dann macht man das Buch zu und trinkt ein Bier. Nein, natürlich muss man hier fragen, warum hat denn der A gesagt, warum hat denn jener B gesagt und warum denn das? Also die Argumente müssen natürlich dabei sein, sonst hat es ja mit Philosophie überhaupt nichts zu tun. Aber wenn man meint, das wäre dann bereits systematisch, macht man natürlich einen schweren Fehler. Und die systematische Betrachtung fragt eben danach, ja ist diese Position A wahr? Stimmt die? Ist das einfach wahr? Punkt. Dann kann man ja sagen, ja das ist unglaublich schwierig, ob das jetzt wirklich wahr ist. Aber bitte die Frage nicht illegitim machen oder die Frage vergessen oder die Frage verschütten. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Man vergibt sich auch gar nichts, wenn man sagt, dass der Unterschied wichtig ist, denn man kann, wie gesagt, beide Sorten von Fragen ohne weiteres stellen. Was ein Problem ist, dass bisweilen eben die Philosophiegeschichte als die ganze Philosophie aufgefasst wird. Das ist eine Tendenz, die sie an den Schulen haben. Dass das, was Philosophieunterricht ist, de facto ein Philosophiegeschichtsunterricht ist. Und der Eindruck, der dann entsteht bei den Schülerinnen und Schülern, ah, das ist Philosophie. Aha, klar. Also das Studium der Texte, was hat Kant gesagt, was hat Hegel gesagt, was hat Marx gesagt, was hat Heredar gesagt? Ja, und was waren die Argumente? Aber nicht mehr die Frage, so wie ist es denn jetzt eigentlich in der Sache? Ja, was ist die richtige Antwort auf die Frage, die ich stelle? Das vergeht dann, die Wahrheitsfrage wird gar nicht mehr verstanden. Sie wird weder hinsichtlich historischen Positionen gestellt, noch wird man ermuntert, selber in der Philosophie systematische Fragen zu stellen, sondern wird sozusagen, wenn es jetzt um die Musik ginge, nur darauf abgerichtet, möglichst gut Opern analysieren zu können, womöglich auch Freude daran zu haben. Aber nicht zu sagen, jetzt komponiert doch mal selber eine Oper hier. Ich weiß, das ist schwierig. Also ich weiß es nicht, ich habe es noch nie probiert. Aber ich denke mir, es ist gar nicht mehr so leicht, heutzutage eine Oper zu komponieren. Es ist auch nicht so leicht, in der Philosophie was produktiv zu machen. Aber es sind nun mal zwei verschiedene Sachen. Eine besondere Krankheit in diesem Zusammenhang ist die, wenn Sie Leute haben, die jetzt also in dieser Tradition sind, also dass Sie die Philosophiegeschichte eigentlich für das Ganze nehmen und wenn Sie denen dann systematische Fragen stellen, wenn Sie dann sagen, jetzt sagen wir doch mal, also wie ist denn das jetzt? Ich komme gleich zum Beispiel. Dann bekommen Sie typischerweise die Antworten bedeutender Autoren. Also das ist mir wirklich schon passiert. Wirklich. Man fragt ja, was ist eigentlich Wissenschaft? Und dann antwortet der Philosoph. Aristoteles hat gesagt, Wissenschaft ist das und das. Kant hat gesagt, Wissenschaft ist das und das. Und er hat gesagt, das und das. Das ist aber nicht die Frage. Ich habe nicht danach gefragt, was Aristoteles gesagt hat. Sondern ich habe gefragt, was ist Wissenschaft? Das ist eine systematische Frage, auf die man eine systematische Antwort geben kann. Im Prinzip jedenfalls. Und das Referat, was andere Leute dazu gesagt haben, ist allenfalls eine Vorbereitung dafür. Man kann natürlich eventuell sagen, ja, also Aristoteles hat das und das gesagt, aber falsch aus den folgenden Gründen. Kant hat das und das gesagt, leider auch falsch aus den folgenden Gründen. So, was machen wir jetzt? Jetzt schauen wir, ob wir eine richtige Antwort finden. Also, es geht mir darum zu sehen, dass das unterschiedliche Richtungen des Fragens sind. Ich werde jetzt gleich auf die Bedeutung beider Richtungen zu sprechen kommen. Die beide Fragerichtungen sind wichtig. Es ist nur meines Erachtens ein schwerer Fehler, die miteinander zu vermengen. Und jetzt gleich, schauen Sie im Internet nach, Sie werden tausende Leute finden, die sagen, was der Heunigen da erzählt, das ist also wirklich Mist. Der kapiert wirklich irgendwas nicht. Das ist selbstverständlich hochkontrovers, was ich Ihnen hier erzählt habe. Ich habe es nicht probiert, aber probieren Sie mal historisch-systematisch mit Bindestrich zu googeln und schauen Sie mal, was dann da alles kommt. Da kriegen Sie unendlich viel, denke ich. Und viele Dinge, die dann genau im Gegensatz zu dem stehen, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Also, wie gesagt, es ist alles kontrovers. Ich kann nicht sozusagen über den Wolken schweben und schweben total in dieser Einführung, obwohl ich sie nicht irgendwo hindrücken will. Bei manchen Dingen komme ich nicht drum herum, dann zu sagen, wie ich es für richtig finde. Und ich finde es in der Sache her so. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zu Fragen nach historischen, also philosophiegeschichtlich zu fragen versus philosophische Fragen zu beantworten und das zu beurteilen, ob es sachlich richtig oder falsch ist. So, das heißt aber, und das ist mir jetzt extrem wichtig, wenn man diesen Unterschied macht, dass das keineswegs bedeutet, dass die Philosophiegeschichte für die systematische Philosophie irrelevant ist. Das ist eine Irrmeinung, die Sie durchaus finden in dem großen Bereich der Philosophie, wo man viel mehr systematische Fragen stellt, nämlich die analytische Philosophie. Da komme ich darauf zu sprechen. Dort gibt es Leute, die dann sagen, Quine ist ein berühmter Repräsentant davon, der gesagt hat, entweder interessiert man sich für Philosophie oder für Philosophiegeschichte. Also für den ist das wirklich eine aus sich ausschließende Sache. Wer sich wirklich für die Philosophie interessiert, also im Sinne der systematischen Fragen, der interessiert sich nicht für die Philosophiegeschichte. Das ist einfach ein anderes Boot. Das ist was für die anderen, nicht für die richtigen Philosophen. Das ist die Meinung dort. Dieser Meinung bin ich absolut nicht. Ich glaube, die Philosophiegeschichte ist für die systematische Philosophie hochgradig relevant. Und ich gebe Ihnen jetzt ein paar Argumente dafür, warum Sie also nicht sozusagen jetzt meinen sollten, dass ich Sie dazu ermuntern würde, nur auf das eine Pferd zu setzen und das andere dann frei galoppieren zu lassen. Das erste ist die Öffnung des geistigen Horizonts. Das ist natürlich eine Metapher, dieser geistige Horizont. Es ist einfach die Frage, mit wie viel verschiedenen Dingen Sie geistig bereits konfrontiert worden sind. Wie viel Sie überhaupt kennen, was es alles so gibt an möglichen Positionen, möglichen Argumenten, möglichen Fragen, möglichen Antworten. Und das können Sie in der Philosophiegeschichte lernen. Wenn Sie sich das erste Mal beispielsweise mit Hegel beschäftigen, dann werden Sie mit Dingen konfrontiert, wo Sie noch nie im Traum dran gedacht haben. Weil wir gehen noch niemals im Traum, wo Sie eine Zeit lang brauchen, bis Sie überhaupt irgendwas verstehen. Und dann plötzlich merken Sie, mein Gott, was macht denn der sich für Gedanken? Aber so blöd ist es eigentlich auch gar nicht. Könnte sein. Also wenn Sie von Schopenhauer herkommen, sagen Sie, ja, alles Mist. Also Hegel ist ja nur ein Beispiel, Sie können auch Marx nehmen oder Jung oder Wittgenstein, es ist mir völlig egal, wen Sie nehmen oder Platon, wen auch immer. Also der Punkt ist einfach der, dass Sie einfach dann lernen, dass Sie aus dem Leben in Ihrem Alltagsdenktrott einfach rausgerissen werden und Ihnen, da hat irgendein Autor, dann kann der schon ewig tot sein, also ewig nie, aber 2500 Jahre oder vielleicht lebt er noch oder sie schreibt gerade ein neues Buch. Sie werden rausgerissen und werden konfrontiert damit, mal was anderes zu denken, als Sie bisher gedacht haben. Und das kann sein, dass das mit der Zeit Ihren geistigen Horizont öffnet, wo Sie nämlich viel mehr Dinge dann viel schneller verstehen können. Das ist also eine der Erfahrungen, die man machen kann mit Philosophie, Philosophie-Geschichte. Dadurch, dass man schon mehrere Dinge im Lauf der Zeit sich genauer angeschaut hat, verschiedene Positionen angeschaut hat, kriegt man auch einen besseren Zugriff dann wieder auf weiteres Neues. Einfach, weil man sozusagen Übung hat, man wird schon flexibler und hängt nicht mehr an so vielen Dingen mit der Zeit, dadurch, dass man einfach andere Positionen kennengelernt hat. Also, Öffnung des geistigen Horizontes. Das zweite ist, was Sie aus der Philosophie-Geschichte bekommen können, ist die Kenntnis von Stärken und Schwächen bestimmter Standardargumente. Also, ich würde jedem und jeder, die sich jetzt zum Beispiel fragt, ich möchte das mal wissen, wie das mit den Gottesbeweisen ist, würde ich natürlich strengstens empfehlen, sich wirklich mit der Geschichte von dem Anselm und dem, was dann passiert ist mit Descartes und Kant und so weiter auseinanderzusetzen. Aber natürlich nicht nur in einer historischen Perspektive, sondern sich dann auch zu fragen, ja, wie ist denn das jetzt? Ist das kantische Argument gegen den Gottesbeweis, ist das wirklich schlagend oder ist es nicht schlagend? Diese Frage zu stellen, nicht nur zu fragen, hat der Kant das wirklich gesagt? Wie hat das genau gemeint? Nein, sondern ist das Argument, das Kant auf den Tisch bringt gegen den ontologischen Gottesbeweis, ist das wirklich ein schlagendes Argument, ja oder nein? Das ist die Frage. Und die Frage können Sie sich natürlich erst stellen, wenn das Argument auf dem Tisch ist und das Argument kommt nur auf den Tisch, wenn Sie dann Kant lesen. Dann müssen Sie mit ihm beschäftigen und natürlich versuchen, ihn so gut wie möglich zu verstehen, also was Philosophie-Historisches machen, sagen, was hat er jetzt wirklich gesagt, was ist wirklich dann? Und dann kommen Sie und stellen die normative Frage, ist das ein gutes Argument oder ist das kein gutes Argument. Dann sind Sie bei der Sache, bei der systematischen Philosophie und jetzt in Sachen Gottesbeweisen, da haben einfach so viele gescheite Leute schon drüber nachgedacht und da hat sich die Themenstellung auch so, da hat sich auch geändert historisch, aber jedenfalls nicht so dramatisch, dass man nicht von diesen Autoren noch eine Menge lernen kann, wenn man die systematische Frage beantworten will. Da können Sie was lernen, das waren nämlich ganz gescheite Leute und wie gesagt, die Frage ist ungefähr die gleiche geblieben. Es ist was anderes, wenn Sie sich für pränatale Diagnostik interessieren und dann lesen Sie Aristoteles, da kommt nicht viel rüber. Bei pränataler Diagnostik ist Aristoteles notorisch schlecht. Da ist einfach nichts zu holen. Pardon, ich muss jetzt hier einfach mal, mit Gewalt geht das nicht. Schauen wir mal, ob das mit weniger geht. Also, der Punkt ist der, man hat einfach bezüglich bestimmter Standardfragen, die historisch wenig Wandel zeigen, hat man ein Reservoir, wo Sie einfach Ideen bekommen, Argumentformen bekommen, die Sie dann in systematischer Absicht bewerten können und sich fragen, ob man das brauchen kann oder ob man es verwerfen muss. Und schließlich, was ebenfalls sinnvoll ist, wenn Sie also gegenwärtige Philosophie treiben, also gegenwärtige systematische Philosophie, dann können Sie manchmal diese gegenwärtigen philosophischen Positionen in einen größeren, wie man dann so schön sagt, Horizont einrücken, also Thesen und Positionen im Lichte der Geschichte betrachten und das kann etwas Sinnvolles sein. Sie formulieren irgendeine These und dann sagt Ihnen jemand, du pass mal auf, der Juhm, der hat vielleicht schon ganz ähnlich gesagt, wie du das jetzt probierst, lies doch mal den Juhm dazu. Und das kann einfach sehr beleuchtend sein, als Sie plötzlich sehen, ups, da ist ja noch ein weiterer Aspekt, den haben wir jetzt noch gar nicht gesehen, den sollte ich eigentlich mit reinnehmen. Denn das waren gescheite Leute und soweit sie über im Wesentlichen die gleichen Probleme nachgedacht haben und solche Probleme gibt es, wo die Leute vor 300, 500, 1000, 1500 Jahren über ähnliche Probleme nachgedacht haben, dann wäre man ja ein Idiot, wenn man das, was die sich schon überlegt haben, überhaupt nicht mehr zur Kenntnis nehmen würde. Aber wie gesagt, das zur Kenntnis nehmen ist das eine und das andere ist es dann, eine Frage zu stellen, zu klären, zu beantworten und zu begründen. Und dazu sind das dann bloß Ressourcen. So, und schliesslich, wenn Sie Philosophie studieren, im Haupt- oder Nebenfach oder auch nur als Hobby, Philosophie ist ein unglaublich vielfältiges, also unglaublich vielfältiges Unternehmen. Jetzt nur diese westliche Tradition, jetzt wenn man die östlichen Traditionen, von denen ich nicht viel weiß, gar nicht mal berücksichtigt, sondern nur diese Tradition schon. Sie finden einfach in der Geschichte dann paradigmatische Beispiele für verschiedenste Weisen guter Philosophie. Sie werden also feststellen können, wenn Sie einigermaßen offen sind, dass Sie dann Autoren, auch wenn Sie dann die Thesen für nicht richtig halten, aus irgendwelchen Gründen, dennoch sehen, was für tolle Weisen es gibt, sich mit philosophischen Problemen rumzuschlagen und die versuchen zu beantworten oder mit ihnen umzugehen. Und dass es einfach ganz, ganz, ganz unterschiedliche Weisen gibt. Da gibt es sozusagen brachiale Weisen, wo Sie mit irgendwelchen logischen Hilfsmitteln versuchen, ein Problem dann zu erschlagen. Bis zu ganz anderen Dingen, wo man sozusagen in einer fast meditativen Nachdenklichkeit mit einem Problem umgeht und versucht erstmal sozusagen zu spüren, was da, was an dem Problem, was da noch alles mitschwingt. Das sind dann sehr unterschiedliche Weisen, von denen Sie zunächst mal keine Ahnung haben und wo sich nur ein, nur wenn Sie sich einlassen, dann in diese merkwürdigen, zum Teil merkwürdig erscheinenden Texte, dann können Sie feststellen, also wie unglaublich reichhaltig diese philosophische Tradition ist. Sie können dann im Sinne dieses ersten Punktes auch Ihren geistigen Horizont öffnen und auch mehr, mehr verstehen, was Sie davor nicht verstanden haben. Und das kommt darauf an, was man mit Philosophie machen will. Wenn man mit Philosophie mehr verstehen möchte, mehr Einsicht haben möchte, dann empfiehlt sich das, also die Philosophiegeschichte eben aus diesen Gründen wirklich ernst zu nehmen, ohne aber dann eben so weit darin zu versaufen in der Philosophiegeschichte, dass man nicht mal mehr versteht, was es heißt, heute eine systematische Frage zu stellen. Gut, so viel zu diesem Thema. Ist das plausibel? Das dürfte wahrscheinlich noch bisher das schockierendste gewesen sein, relativ zu dem, was Sie bisher sonst von Philosophie so kennen. Das ist ein Unterschied. Also ich meine, der Precht, der macht sich jetzt gerade in den letzten Jahren, ich habe gerade gestern wieder was gelesen, wo er sagt, die Philosophie sollte eben nicht, wie hat er das genannt, geistige Altbausanierung sein. Also nicht den tausendsten Kommentar zu Hegel schreiben. Das ist einfach gemeint damit, dass es eben nur, er hat es auch mal in einem Fernsehinterview gesagt, dass so wie in Deutschland typischerweise Philosophie getrieben wird, also jetzt weniger an Universitäten, aber sonst so. Das ist nur Philosophiegeschichte. Da lernen Sie nur, wie Sie Texte analysieren und das anschauen, aber Sie lernen nicht primär, ist das ein gutes Argument oder ist es kein gutes Argument. Was genau besagt die These, die du jetzt sagen willst und was genau wäre ein Argument, das die These stützt oder sie widerlegt. Gut, also analytische versus kontinentale Philosophie, das ist eine Unterscheidung, die durchaus in der Nachbarschaft hier ist mit der Unterscheidung, die ich jetzt gerade genannt habe, weil die analytische Philosophie etwas näher ist an dieser systematischen Philosophie oder tendenziell jedenfalls und die kontinentale tendenziell etwas mehr mit der Geschichte der Philosophie zu tun hat. Aber auch das stimmt nicht genau. Mittlerweile gibt es auch eine analytische Philosophiegeschichtsausübung. Also ich muss genauer sagen, wovon die Rede ist. Zunächst finden Sie diese Unterscheidung erst im 20. Jahrhundert. Das ist eigentlich die Großunterscheidung, wo die Weltphilosophie, also die westlich geprägte Weltphilosophie, sagen wir mal vor 30 Jahren fast in zwei große Lager zerfallen ist, eben die analytische Philosophie versus die kontinentale. Im Moment ist das, beginnt sich vielleicht aufzulösen, wird man sehen, wie das weitergeht. Es ist eine Unterscheidung, die im 20. Jahrhundert aufgekommen ist und die an Klarheit verliert. Und ich kann Ihnen nur relativ grob das sagen, wie gesagt, weil es so eine Riesenunterscheidung ist, die also unglaublich viel dann umfasst und verschiedene Aspekte. Es gibt eigene Bücher darüber, was ist analytische Philosophie und alles, was da drin steht, ist natürlich wieder kontrovers. Auch was analytische Philosophie ist natürlich kontrovers. Und was kontinentale Philosophie ist, ist kontrovers. Also das werde ich ja nie los. Dennoch kann man so ungefähr sagen, dass man ungefähr sieht, was das hier zu tun hat. Nun, der Ursprung der analytischen Philosophie ist in der Anwendung der modernen Logik, das ist die Logik seit Frege, sage ich Ihnen später mehr dazu, 1879, also Ende 19. Jahrhundert. Ende 19. Jahrhundert ist etwas Rasantes passiert, eine Riesenrevolution in der Logik. Seitdem gibt es das Gebiet sogenannte moderne Logik. Komme ich darauf zu sprechen. Und was dort passiert, ist über diese Revolution in der Logik, dass Philosophen dann im Laufe der nächsten Jahrzehnte gesagt haben, Moment mal, jetzt gibt es hier diese neue Logik und mit dieser Logik können wir doch eigentlich jetzt Philosophie endlich mal richtig machen. Ja, denn alle Philosophen haben praktisch, oder viele Philosophen, die meisten, haben die Schnauze voll von diesen dauernden Kontroversen. Immer wieder gibt es Ansätze, dass sagen, jetzt Herrgert, hört doch mal auf mit den dauernden Kontroversen, was ist denn das für ein Mist, wir wollen doch mal zu richtigen Ergebnissen kommen. Ja, und der Kant hat das gesagt und diese Metaphysik als der Kampfplatz endloser Streitigkeiten, Schluss jetzt damit. Und so viele haben schon gesagt, Schluss damit und keinem ist es gelungen. Ja, lustig. Also bis ins 20. Jahrhundert, Schluss jetzt mit diesen Kontroversen, jetzt machen wir es endlich mal richtig und dann ist es zu Ende. Leibniz ebenfalls. Viele haben es probiert, keinem ist es geglückt. Also, und das, was passiert ist im Beginn des 20. Jahrhunderts, dass die Leute gesagt haben, aber jetzt können wir wirklich Schluss machen mit den Kontroversen. Warum? Wir haben ein neues Instrument, mit dem wir Philosophie treiben. Das ist die moderne Logik. Die haben die alten, die anderen noch nie gehabt. Kein Wunder, darum haben sie also dauernd nur rumstreiten können. Wir haben jetzt die moderne Logik und jetzt wird die Philosophie richtig wissenschaftlich und unkontrovers und jetzt können wir systematisch philosophische Fragen behandeln, indem wir diese moderne Logik einsetzen. Das ist der Ursprung der analytischen Philosophie. Da sehen Sie sozusagen sowohl ein gewisses Pathos als auch eine gewisse Einstellung, nämlich die Vorstellung, dass man die Philosophie eigentlich bringen sollte in die Richtung einer Wissenschaft, sogar exakten Wissenschaft möglicherweise. Diese moderne Logik, die heißt auch mathematische Logik, komme ich auch noch darauf zu sprechen. Also, dass man das Gefühl hat, endlich kommen wir von dieser Schwafelei weg und dann wird es so ein bisschen wissenschaftlich und dann können wir uns einigen und die Logik und das wird dann so ein bisschen härter. Das ist nicht dieses ewige Gerede und Gequassel und dann werden uns die Naturwissenschaftler und Ingenieure werden nicht immer sagen, ihr seid ja nur Quasselstrippen, ihr macht ja keine Experimente und gar nichts. Wenn wir dann Logik haben, haha, dann werden wir es denen aber zeigen. Ja, dann machen wir philosophische Thesen und die werden dann knallhart begründet und dann wird das alles viel besser. Also, das ist so, also ganz grob und leicht, nicht karitativ, sondern in der Form von einer Karikatur, wo die Sache hinläuft. Die Geschichte der Philosophie wird in dieser Perspektive typischerweise in den Hintergrund gedrängt. Auch das ist jetzt wirklich ganz grob, es gibt selbstverständlich auch mittlerweile analytische Richtung in der Geschichte der Philosophie. Typischerweise, jedenfalls in der Anfangszeit war das so, weil gesagt worden ist, ja diese alte Philosophie, die ja noch nicht die Logik benutzt hat, das war ja eigentlich gar keine richtige Philosophie. Ja, das waren einfach so Versuche, so Vorversuche, das ist einfach alles nicht besonders interessant, das können wir eigentlich vergessen. Und das bringt einfach viel zu wenig, da hat man so ein bisschen was dann von Aristoteles, wo der Logik gemacht hat, ja das kann man brauchen und dann der Leibniz, der hat auch Logik gemacht, das kann man auch brauchen, aber der Rest kommt, ist doch nicht interessant, ist nicht spannend. Da kann man nicht wirklich was davon lernen, sondern wir beantworten jetzt auf systematische Weise die Fragen, die philosophischen Fragen, die man selber stellen möchte, wir beantworten die mit einem Instrumentarium, das unsere Vorgänger nicht hatten, deswegen wird die Philosophie jetzt besser, wird sozusagen wissenschaftlich und deswegen ist das Interesse dann an Geschichte der Philosophie, also alle die Dinge, die ich davor genannt habe, natürlich untergeordnet. Und wir sagen, ja, was heißt in ihr, also wenn die jetzt mit mir geredet hätten, ja was heißt in ihr Horizonterweiterung, die quasseln doch einfach nur, ich muss ja nicht in meinen Horizonterweiterung da immer so gequasseln, sondern ich soll lieber Logik lernen und dann die Probleme lösen. Also das ist etwas pointiert gesagt, aber das ist so der Geist, da gibt es zwei Hauptvarianten, wie man also diesen wissenschaftlichen, schärferen Geist dort in die Philosophie reinbringt. Und das eine ist die Philosophie der idealen Sprache, da ist durchaus ein sehr mathematischer Geist in gewisser Weise im Hintergrund, nämlich, dass gesagt wird, dieses ganze Gerede in der bisherigen Philosophie, das liegt daran, dass unsere Umgangssprache so vieldeutig ist und vage ist und man alles Mögliche dort sagen kann, kein Mensch weiß, was das wirklich bedeutet und das ist einfach ein fürchterliches Durcheinander, damit kannst du ja ein Gedicht schreiben, das ist ja auch nett, aber bitte, zum Philosophieren ist das einfach viel zu schlecht. Und deswegen, wir brauchen eine ideale Sprache und das bedeutet, konstruiere eine klare Kunstsprache, in der philosophische Probleme eindeutig formuliert und auch gelöst werden können. Also der gute Leibniz, falls Sie es nicht gemerkt haben, der Namenspatron dieser Universität, das dürfen Sie nie vergessen, wo immer Sie sind auf der ganzen Welt, Sie kommen von der Leibniz-Universität Hannover. Also und der Leibniz, der hat eben auch schon so eine Idee gehabt, der nannte das, falls Sie es noch nicht im Kellergeschoss dort gelesen haben, da sollten alle erst Semester hingehen, andächtig die Tafeln lesen über Leibniz, der hat eben dort schon sich gedacht, man könnte so eine universelle Kunstsprache schaffen, die Charakteristika Universalis hat er das genannt, also eine universelle Sprache und wenn man das schafft und man dann philosophische Probleme in dieser Sprache formuliert, dann läuft es darauf hinaus, die richtigen Antworten auf diese Fragen sozusagen zu errechnen. Also er hat da die Vorstellung gehabt, also zwei Philosophen sitzen am Tisch, diskutieren ein Problem und sagen, okay, jetzt formulieren wir es in der Kunstsprache und was wir dann machen, Kalkulemus, lasst uns hinsetzen und rechnen. Also ob Ihnen das passt oder nicht, je nachdem, ob Sie Mathematik gern gehabt haben oder nicht. Das ist jedenfalls eine Vision, die es in der Philosophie immer wieder gegeben hat, nämlich, ich komme auch noch darauf zu sprechen, dass man über eine Art von Mathematisierung die Philosophie einfach auf einen besseren Weg bringen kann und mehr Konsense, also mehr gesichertes Wissen schaffen kann, als man es mit unserer normalen Umgangssprache machen kann, mit ein paar Kunstausdrücken noch dazugefügt. Das ist also die Vision hier, das ist eine Art Mathematisierung der Philosophie, wenn man so will. Wenn Ihnen Mathematik, wenn Sie das nicht mögen, Sie müssen unbedingt, also das würde ich Ihnen jedenfalls nahelegen, verstehen, was hier der Impuls ist. Der Impuls ist einfach, mehr Sicherheit zu bekommen, eine sichere Erkenntnis. Auch wenn Sie Mathematik nicht mögen, aber die Mathematik, da wird einfach kaum gestritten. Das liegt einfach daran, wer das mal aufmacht, eine Behauptung aufstellt, muss einen Beweis liefern, entweder stimmt der Beweis oder nicht und das ist feststellbar in den allermeisten Fällen. Dann ist Diskussion zu Ende. Deswegen hat die Mathematik seinen Sonderstatus und den versuchen, Philosophen seit zweieinhalbtausend Jahren immer wieder sozusagen zu benutzen und für die Mathematik fruchtbar zu machen. Also Philosophie der idealen Sprache. Die andere Variante ist die sogenannte Philosophie der normalen Sprache. Und dort, die hat eine ganz andere Richtung dann, die sagt eben, analysiere die Alltagssprache mit logischen Mitteln. Also überleg dir erstmal mit logischen Mitteln, wie funktioniert eigentlich unsere Alltagssprache? Und wie funktioniert die Alltagssprache, wenn du sie verwendest, um philosophische Probleme zu stellen und Fragen zu stellen und Antworten zu geben? Und dann wirst du sehen, dass viele Probleme der philosophischen Tradition Scheinprobleme sind, nämlich Resultate von sprachlichen Missverständnissen. Das ist die These. Also das ist eine sehr destruktive Sache. Das andere, diese Philosophie der idealen Sprache, hat eher so die Vision, wir mathematisieren die Philosophie und bauen dann auf, können eine Philosophie bauen, bekommen dann wunderbare, klare Ergebnisse und mit Beweisen und allem Möglichen. Und hier ist die Vision eher so, analysiere mal ganz genau, wie unsere Alltagssprache funktioniert. Mach das mithilfe dieser modernen Logik. Da kann man irgendwie Sprache analysieren. Verstehen Sie nicht, was das sein soll. Werde ich Ihnen zeigen in bestimmten Details. Also mach das und dann wirst du feststellen, dass manche philosophische Probleme nicht etwa beantwortet werden, sondern sie verschwinden. Einfach weil du merkst, die Frage ist ja völliger Mist. Die Frage ist etwa so, wie die Frage, welche Farben haben die Primzahlen? Wenn Sie darüber nachdenken, mein Gott, die Primzahlen, welche Farben haben die bloß? Sind die Primzahlen rot oder sind die grün? Bis Ihnen jemand sagt, hey, falsche Frage, Primzahlen, überhaupt keine Farben. Frage unbeantwortet, Mistfrage. Vergiss die Frage. Überleg mal, was sind Primzahlen? Überleg mal, was sind Farben? Das geht nicht zusammen. Frage verschwindet, wird nicht beantwortet, sondern verschwindet. Und auf ähnliche Weise eben war die Meinung dort von vielen Exponenten, wenn du wirklich drüber nachdenkst, wie die Sprache funktioniert, also welche Begriffe da zum Beispiel zusammenpassen oder eben nicht zusammenpassen oder mehrdeutig sind oder sowas, dann verschwinden viele philosophische Probleme. Auf dieselbe Weise, wie die Frage verschwindet, welche Farben haben die Primzahlen? Die Frage wird nicht beantwortet, sondern wird eliminiert. Das ist sehr destruktiv. Die Frage ist, was von der Philosophie dann übrig bleibt und da ist natürlich sofort die Kontroverse wieder da. In der Philosophie, auch in der analytischen Philosophie, werden wir sofort rumgestritten, was jetzt dann alles wieder los ist. Also, das ist die Richtung. Auch das ist natürlich etwas, wo man zunächst mal sozusagen den Impuls positiv würdigen muss. Wenn du schon philosophische Fragen dir stellst, philosophische Probleme wälzt, mach dir aber klar, wie die Sprache dabei funktioniert. Denn dabei könnten Dinge schief gehen. Und das ist natürlich was Sinnvolles, was sie auch die gesamte Philosophiegeschichte natürlich finden. Das macht Aristoteles selbstverständlich auch schon. Aber es wird hier einfach sozusagen zum Programm gemacht, diese analytischen Philosophie in der Variante der Philosophie der normalen Sprache. In jedem Fall kann man sagen, dass die analytische Tradition den Ehrgeiz hat, zu größerer Klarheit bei den Behauptungen und zu einem höheren Standard der Begründung zu kommen, als das in der bisherigen philosophischen Tradition der Fall war. Das geben mittlerweile, glaube ich, die überwiegende Zahl der Autoren zu, dass das sozusagen die Zielvorstellung war, hier größere Genauigkeit zu haben. Die Meinungen gehen natürlich sofort auseinander, ob das in irgendeiner Weise funktioniert hat. Also das ist dann wieder ganz kontrovers. Aber das habe ich jedenfalls auch schon wirklich von kontinentalen Philosophen öfters gehört, die das gesagt haben. Ja, das haben wir, das probieren die natürlich. Aber, aber, aber. Also zunächst mal, um das zu illustrieren, dass einfach immer wieder gefragt wird in einer philosophischen Auseinandersetzung, was genau ist eigentlich die Behauptung? Also was steht jetzt auf dem Spiel? Was genau hast du gerade eben behauptet mit deiner philosophischen These? Was sagt das genau? Das sind die und die Begriffe. Erklär mir, was diese Begriffe sagen. Was genau ist deine Behauptung? Und dann in einem zweiten Schritt. Und jetzt, was ist die Begründung der Behauptung? Mit welchen Gründen möchtest du mich davon überzeugen, dass ich diese Behauptung für wahr anerkenne? Einfach diese Unterscheidung zunächst mal machen. Klär erst mal, was deine Behauptungen sind, was du wirklich sagen möchtest. Werde dir darüber klar. Und wenn du dir darüber klar geworden bist, was du eigentlich sagen möchtest, sag mir, was die Begründung ist. Und überlege dir genau, ob das, mit dem du jetzt kommst, wirklich in der Lage ist, die These, die du aufgestellt hast, zu begründen, um mich von der Wahrheit der These zu überzeugen. Also das ist etwas, eine Disziplin, die dort reingeführt wird von der analytischen Philosophie her. Wie gesagt, das wird bisweilen anerkannt. Der Punkt ist nur der, dass es hier von zum Teil dann sozusagen Nebenkosten, Kollateralschäden, wie wir das neulich aus der modernen Kriegsführung dieses wunderbare Wort endlich gelernt haben, dass der Kollateralschäden und die Kollateralschäden hier der analytischen Philosophie, jedenfalls in den Augen von den anderen, war natürlich sehr beträchtlich, weil das zum Teil mit einer immensen intellektuellen Engführung verbunden war, dass man einfach nur noch die Perspektive gehabt hat, diese logische Analyse entweder in der normalsprachlichen Richtung oder in der idealsprachlichen zu versuchen, dann mit diesen neuen Termini Dinge zu formulieren und dabei viele Dinge, von denen man eigentlich, wenn man es unbefangen anschaut, denkt, aber die sind doch eigentlich auch noch ganz interessant und ganz wichtig und nachdenkenswert, dass die dabei verschwinden. Also große Teile sind dann einfach sofort in den Abfalleimer gewandert. Also beispielsweise Heidegger ist für die analytische Tradition der 40er, 50er Jahre, also der Heidegger, also der braucht man gar nicht lesen. Also und für viele heute, wenn Sie anschauen, Leute in der analytischen Tradition, das ändert sich jetzt so ein bisschen, die haben noch nie eine Zeile Hegel gelesen, aber sagen, Hegel, das ist wirklich nichts. Also das kannst du wirklich vergessen, das ist wirklich Quatsch. Also lesen sie aber gar nicht mal. Also ich verkaufe ihnen nicht Hegel, sondern ich sage nur, es gibt dort Weisen, dass dann wirklich Sachen wirklich vollkommen marginalisiert werden. Also Heidegger und Hegel sind in der deutschen Tradition wunderbar, während wenn sie diese Leute, die dann Hegel und Heidegger natürlich vertreten, dann sagen die, was, Carnap? Das ist doch gar kein Philosoph. Also die sind dann auf der anderen Seite. Also das ist einfach, da gibt es diesen Streit hier. Und man kann also, das glaube ich, kann man sozusagen fast neutral sagen, obwohl jetzt natürlich, wenn ich das Analytikern gegenüber sagen würde, dass die analytische Tradition immer wieder mit einer geistigen Engführung, dann fliegen auch die faulen Eier. Also das ist meine Auffassung davon. Zum Teil ist das in Auflösung begriffen, also jetzt gerade von einem der eher der analytischen Tradition, der hat jetzt einen zweibändigen Kommentar geschrieben, tausend Seiten zu Hegels Phänomenologie des Geistes und auch in der amerikanischen Philosophie da die großen Gurus, die brüsten sich jetzt, dass sie auch jetzt Hegel zur Kenntnis nehmen und so. Also das löst sich so ein bisschen auf, es ist nicht mehr so ganz so klar. Die kontinentale Philosophie ist jetzt viel schwieriger inhaltlich zu charakterisieren, das ist sozusagen alles, was übrig bleibt. Und da kann man zunächst mal sagen, die heißt eben kontinental, also vielleicht zunächst mal die Gegenüberstellung von analytisch versus kontinental ist natürlich haarsträubend. Oder zu kontinental ist der Gegenbegriff ozeanisch oder so irgendwas. Und zu analytisch würde man sagen, ja was synthetisch oder was, aber allerdings wird einem natürlich schlecht, wenn man einmal drüber nachdenkt. Hat sich aber einfach so eingebürgert. Da sieht man, wie hoch das Niveau ist in der Philosophie, die eigenen Termine zu erfinden. Also ich finde, das ist brachial grauenhaft. Anyway. Also die kontinentale Philosophie, das sind vor allen Dingen Autoren aus dem europäischen Kontinent und dort besonders Autoren aus Deutschland und Frankreich. Sie finden also genuin kontinentale Philosophie praktisch nicht in Großbritannien, USA oder Australien oder auch Kanada. Also im Französischen Kanada natürlich schon, aber im Britischen, also im Englischen Kanada nicht. Sondern das sind vor allen Dingen Deutschland und Frankreich und die Leute, die da so typischerweise dazugezählt werden, Husserl, Heidegger besonders, Adorno, Habermas, Foucault, Derrida. Und das ist etwas, wo also die richtigen hartgesotten analytischen Philosophen nur also sozusagen sich kreuzigen. Das machen sie natürlich nicht, aber machen so etwas funktional Äquivalentes. Also damit wollen sie nichts zu tun haben. Und wenn man sich fragt, wie unterscheiden sich die jetzt, diese kontinentalen Philosophen von den analytischen, dann gibt es einfach eine Fülle von Sachen, die wirklich anders sind. Man kann das aber wieder nicht zusammenfassen, weil es wirklich sozusagen der Rest ist. Von dem, was, wenn sie diesen analytischen Teil der Philosophie da rausnehmen, alles, was dann übrig bleibt. Und das ist extrem heterogen. Da sind die unterschiedlichsten Dinge drin. Es sind Themen, es gibt bestimmte Themen, die werden nur von kontinentalen oder hauptsächlich kontinentalen Leuten bearbeitet. Die kommen jetzt aber stärker in die analytische Philosophie rein. Der Bezug zur Philosophiegeschichte, der ist in der kontinentalen Tradition niemals abgeschlossen. Da ist mir kein einziger Autor bekannt, der da sich sozusagen sagen würde, nein, ich bin systematischer kontinentaler Philosoph, ich will mit Philosophiegeschichte nichts zu tun haben. Und Stil, das ist viel stärker, wenn man es ganz grob sagt, der Stil der Kontinentalen ist viel stärker literarisch. Ja, also das ist da nicht so trocken und Logik gefummelt, sondern das ist dann schöne Geschichten, also ganz locker gesagt. So, es gibt die Tendenz, sowohl bei den Analytikern wie auch bei den Kontinentalfilosophen, sich selber als die eigentliche Philosophie zu sehen und das Gegenüber als eine Verfallsform. Das ist das ganz Normale, das finden Sie, ich meine, da können Sie auch in anderen Bereichen schauen, denken Sie nur, was der vorletzte Papst, der deutsche Papst gesagt hat, der Protestantismus, das ist eine kirchenähnliche Vereinigung. Das ist keine Kirche. Da hat er völlig recht, das Katholon bedeutet, das ist das Ganze. Also wenn Sie Katholizismus wirklich sozusagen traditionell verstehen, ist das völlig klar. Gut, aus jüdischer Perspektive würde man sagen, das Christentum ist eine jüdische Sekte, aber das ist wieder ein anderer Gesichtspunkt. Also Sie sehen, dass sozusagen, dass man sich selber für das Wichtigste nimmt und das Eigentliche ist etwas, was Sie also in vielen Bereichen sehen, wahrscheinlich auch in der Kunstgeschichte wird es wahrscheinlich ähnliche Tendenzen geben. In der Philosophie ist das ganz klar, Sie hatten das schon gesehen, Philosophie, Geschichte versus systematische Philosophie, auch dort die Tendenz, das eine sozusagen für die ganze Philosophie zu nehmen. Und hier bei diesen Richtungen auch, wo also das gegenseitige Verhältnis wirklich zum Teil offene Verachtung ist. Ja, also wo man sagt, wir nehmen hier nichts zu tun, wir sind ja keine Philosophie, wir wollen doch Philosophie machen, wir wollen ja nicht mit dem reden. Also dafür, also mein Plädoyer ist hier zumindest in der Vorlesung anders, auch sonst nebenbei bemerkt, sondern der Reichtum der Philosophie, wo man unterschiedliche Dinge unterschiedlich macht, der geht Ihnen verloren, wenn Sie einfach sich dort auf ein Pferd setzen. Das ist, wobei es gehört auch in die Philosophie rein, die vielen Leute, die auf ein Pferd setzen. Auch das ist Teil der Philosophie. Es ist eben alles kontrovers und dabei muss es bleiben für heute und wahrscheinlich auch für den Rest der Vorlesung. Ja, noch eine Frage? Gibt es ein Argument, das gegen das Nicht-Analytische trifft? Gibt es ein Argument, das gegen das... Für das Nicht-Analytische trifft? Ja, also jetzt soll ich die kontinentale Tradition verteidigen. Ja, die Philosophie, die analytische Philosophie beschäftigt sich, also wenn ich jetzt sozusagen mal mime, einen ganz Radikalen würde ich sagen, die beschäftigt sich natürlich mit all den kleinen unwichtigen Fragen und die eigentlichen Fragen, die man in der Philosophie hat von alt aus her, seit zweieinhalbtausend Jahren, gehen einfach bei der analytischen Philosophie verloren. Die werden vernachlässigt. Wie gesagt, das ändert sich im Moment, also eine Zeit lang war es so, dass Metaphysik und Ontologie ein Schimpfwort waren für analytische Philosophen. Mittlerweile gibt es eine analytische Metaphysik. Aber eine Zeit lang war es so, Metaphysik, was? Das ist doch kontinentaler Quatsch. Kann man ja alles Scheinfragen, alles Mist. Kann man nicht brauchen. Das hat sich jetzt geändert. Und der Punkt ist einfach der, wenn Sie jetzt sozusagen offen da mal rumschauen, dann beschäftigen sich die kontinentalen Philosophen mit Themen, die einfach in der analytischen Philosophie noch keinen Ort haben und noch nie jemand drangegangen ist, weil der findet, was ist denn das für ein Gerede? Und dann ist einfach die Frage, ob man sagt, ja, das ist einfach nur Gerede oder kann man da vielleicht, weil es so schwierig ist, nicht anders reden vorläufig und dann ist wieder alles kontrovers. Also die Frage kriegen Sie nicht so schnell beantwortet, weder von mir noch von jemand anders. Versuchen Sie mal zu googeln, ob Sie da was Interessantes finden. Wie gesagt, es ist alles kontrovers. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.